Ja, ich bin Andreas Steilernowski. Ich bin Hans Bütho. Ich glaube, es sind jetzt 14 Jahre. Ich bin jetzt acht Monate dabei. Ja, super. Ansonsten wäre ich ja nicht mehr da. Ne, macht Spaß. Dass es jeden Tag was Neues gibt. Also die Abwechslung. Es gibt eigentlich nicht nur das gleiche, immer die Pfähle reinhauen oder rammen. Sondern es ist ja jeden Tag bei der Baustelle immer was anderes. Sagst du das? So, sag mal. Wir würden uns freuen, wenn auch du ein Teil unseres Team wirst.